Es ist vollbracht. Die erste Frauenmannschaft des SV Fortuna 50 Neubrandenburg spielt in der nächsten Saison in der dritten Handball-Bundesliga. Somit wird eine starke Rückrunde in der Liga belohnt und das Team rund um Neutrainerin Anna-Maria Ilyes wird die Sommerpause nutzen, um sich auf die neue Spielzeit vorzubereiten. Denn im sportlichen, aber auch im wirtschaftlichen müssen nun die Weichen gestellt werden für einen nachhaltigen Erfolg in Liga 3 und darüber hinaus.